Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute mit einer neuen Blu-Ray Vorstellung und zwar habe ich mir den neuen Dwayne The Rock Johnson Film gekauft. Es geht heute um Skyscraper. Ja und ich habe mich hier für das Mediamarkt und Saturn exklusive 3D Steelbook entschieden. Von diesem Film gibt es auch noch bei Mediamarkt und Saturn ein 2D Steelbook und Amazon hat genau dasselbe Steelbook nur in 4K. Ich habe mich letztendlich für diese Variante entschieden und wie dieses Steelbook genau ausschaut, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Viel Spaß! Ja und da haben wir das Steelbook aus der Nähe. Die Papp-Panderole ist noch drum, also schauen wir uns als erstes das Backpaper an. Drehen wir das Ganze mal um und so sieht das Ganze von hinten aus. Wir haben hier Inhalt zum Film, ein paar Bildchen, Bonusmaterial, natürlich wie immer technische Informationen und Credits. Und ja, das war es auch schon. Dann entferne ich mal das Backpaper. Das Ganze ist hier wieder mit so Streifen, Klebestreifen befestigt. Vorsicht, zack! So und ihr seht schon, das Steelbook ist hochglänzend, was ich sehr cool finde. Kein Titel auf der Front, was ich schade finde, aber mittlerweile ist man das ja gewohnt. Und aufgrund der Hochglanzoptik kommen hier die Farben wieder wirklich sehr gut zur Geltung. Alles gestochen scharf und wirklich so mit kräftigen Farben. Gefällt mir sehr gut. Auch das Motiv finde ich ganz cool. Also gefällt mir besser wie das 2D Steelbook. Dann gucken wir uns den Spine an. So sieht der Spine aus. Hier haben wir den Titel Skyscraper. Und ja, dann schauen wir uns das Backartwork an. Und das Ganze sieht dann so von hinten aus, was ich auch sehr cool finde. Auch hier wieder hochglänzend, tolle Farben. Und ja, hier ist ein Teil des Hochhauses, was in Flammen steht. Und im Hintergrund dann Hongkong, die Skyline, die Stadt. Sehr cool, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann öffnen wir das Ganze mal. Und ja, so sieht das Ganze von innen aus. Die 3D-Disc ist noch im Player. Sieht genauso aus wie die 2D-Disc, die hier ist. Und wir haben hier dann einen richtig geilen Innendruck, was mir auch sehr gut gefällt, dass man hier wieder von oben auf das brennende Hochhaus schaut. Und im Hintergrund ist dann die ganze Stadt sehr, sehr geil. Auch toll in Farbe gehalten. Gefällt mir richtig gut. Und die Gesamtansicht sieht dann so aus. Ein wirklich sehr schönes Steelbook. Auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit den Steelbooks, die in letzter Zeit in Deutschland rausgekommen sind. Denn die gingen gar nicht. Dafür ist das hier wirklich sehr schön. Und ja, für 29,99 Euro ein normaler, Normalpreis für einen 3D-Film. Und ja, ich finde es ganz cool. Ich bin zufrieden. Und das ist das Steelbook. Ja, der Film kam am 12.07.2018 in die deutschen Kinos und ist seit dem 15.11.2018 überall auf DVD und Blu-Ray erhältlich. Der Film lockte über 330.000 Besucher in die deutschen Kinos und spielte in Deutschland über 3,5 Millionen Euro ein. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und geht 102 Minuten. Ja, und kommen wir zu den Extras hier auf der Blu-Ray. Wir haben hier ein paar Bonus-Features drauf. Da hätten wir einmal unveröffentlichte Szenen, erweiterte Szenen, Dwayne Johnson, ein Held verkörpern. Dann haben wir hier die Inspiration, entgegengesetzte Kräfte, keine Freunde mehr, Kinder in Action. Außerdem haben wir hier noch Ananas-Pitch und Filmkommentar von Regisseur Rosen Marshall-Turber. Dann haben wir hier einen deutschen, englischen Dolby Atmos Sound und einen deutschen, englischen und türkischen Dolby Digital 5.1 Sound. Und ja, drei Untertitel sind hier auch drauf und das war's auch schon. Ja, und kurze Geschichte. The Rock verkörpert hier einen Ex-FBI-Agenten, der nach einem Einsatz sein Bein verloren hat und daraufhin kehrt er dem FBI den Rücken zu. Zehn Jahre später hat er inzwischen eine Familie gegründet, hat zwei Kinder und eine wunderschöne Frau gespielt von Neve Campbell. Er arbeitet als Sicherheitsbeauftragter und untersucht und prüft Gebäude auf ihre Sicherheit für Versicherungen zum Beispiel. Er und seine Familie werden nach Hongkong geordert, um dort das höchste Hochhaus der Welt zu kontrollieren. Und natürlich läuft da wieder was schief, denn ein paar Terroristen stürmen in das Hochhaus und setzen alles in Flammen. Und hier muss The Rock bzw. Will Sawyer wieder zeigen, was er drauf hat, um seine Familie und den Tag zu retten. Ja, und ich muss sagen, ich schaue mir die Filme von The Rock immer ganz gerne an. Ich finde die einfach nur spaßig, unterhaltsam und teilweise auch spannend und diesen Film habe ich leider im Kino verpasst und musste somit auf die Blu-ray warten. Habe mir jetzt die Tage angeguckt und muss sagen, der Film hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich habe im Vorfeld schon viele Schlechtes über diesen Film gehört, aber das war mir egal. Ich wollte mir trotzdem anschauen, da mir der Trailer sehr gut gefallen hat. Und ja, dann habe ich mir angeguckt und ganz ehrlich, das, was man bei einem The Rock Film erwartet, bekommt man auch. Er ist ja bekannt für seine Over-the-Top-Filme inzwischen und das finde ich irgendwie inzwischen cool. Früher hat mich das immer so ein bisschen gestört, aber mittlerweile lache ich darüber und finde das einfach nur spaßig, was hier und da für Szenen gezeigt werden mit ihm. Und auch in diesem Film gab es wieder Over-the-Top-Szenen, wo ich gedacht habe, wow oder what the fuck. Das sah schon richtig krass aus und sehr übertrieben dargestellt, aber ich fand es witzig, ich fand es cool und das sah wirklich cool aus auch. Und ja, was soll ich sagen, mir hat, der Film hat mich unterhalten. Es ist einfach ein spaßiger Film für zwischendurch. Man kann ihn sich angucken. Er ist actionreich, er bietet tolle Effekte. Er ist teilweise auch spannend, was ich so nicht mit gerechnet habe. Da gab es hier und da ein paar Szenen, wo ich gesagt habe, wow, der ist ja richtig mitreißend gewesen. Und dann gab es auch wieder ein paar Szenen, wo ich zusammenzucken musste, weil ich das schon krass finde, wie die Kamera diese Szenen da so eingefangen hat. Wo zum Beispiel The Rock hier auf dem Hochhaus hochklettert und dann irgendwie so Szenen, wo er irgendwie abrutscht und so. Also das sah schon richtig krass aus aufgrund der Höhe und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das 3D hier in diesem Film hat auch noch ein bisschen nachgeholfen. Sah auf jeden Fall richtig cool aus in 3D. Hatte ich schon lange nicht mehr einen Film, der in 3D so krass rüberkommt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Film in 3D zu gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Kino war, aber hier auf dem Ferse sah das Ganze schon richtig cool aus. Auch die Effekte fand ich sehr, sehr cool. Und okay, der Film ist ja zu 80% am Computer entstanden, aber das ist man ja inzwischen gewohnt und fand ich jetzt nicht so schlimm. Sah auf jeden Fall sehr geil aus. Auch die Kameraarbeit fand ich super. Und wie gesagt, ein schöner, spaßiger Actionfilm, der teilweise auch Spannung bietet. Und schauspielerisch war der okay. Hier und da gab es ein paar Szenen mit The Rock, wo der einen auf emotional macht. Aber das hat leider meiner Meinung nach nicht hingehauen. Also ich mag The Rock wirklich sehr gerne, aber so emotionale Szenen hat er leider nicht drauf. Und ja, es ist einfach nur ein spaßiger Film für zwischendurch. Man kann ihn so weggucken und kann ich echt nur empfehlen. Wer Bock auf einen spaßigen Actionfilm hat, schaut euch diesen Film auf jeden Fall an. Wer sich unsicher ist, ganz ehrlich, ihr kennt ja The Rock. Ihr kennt bestimmt den einen oder anderen Film von ihm. Und das, was ihr bei einem The Rock Film erwartet, bekommt ihr auch. Einfach nur übertriebene Action. Und das liefert dieser Film hier auf jeden Fall. Und ja, wer den Film bzw. den Trailer noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch den Link zum Trailer in der Infobox. Dort könnt ihr euch den Trailer mal anschauen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon von meinem Video für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so ist, gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mir eure Meinung zum Film in die Kommentare, wenn ihr den gesehen habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Filmeschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.